Musik Die Festzeltstars heute nochmal auf dem Cannstatter Wasen im Schwabenkreuzelt bei Wilhelmers Schwabenwelt. Und heute geben sich die Mallorca-Stars die Klinke in die Hand. Eigentlich haben wir heute auf Oli P. gewartet. Aber er musste leider krankheitsmäßig absagen. Aber wer auch mit dabei ist, sind gute Freunde von mir, die Dorfrocker. Und zu denen schauen wir jetzt mal gleich rüber. Tobi, Servus erstmal, hier in Stuttgart wieder. Frank, altes Haus, ey. Wir kennen uns ja seit wie vielen Jahren? Über zehn Jahre sind es. Wir waren ja einer unserer ersten Highlights. Das war glaube ich 2007 war das mit dir. So ist es. Und hier Cannstatter Wasen, gleiche Stelle, gleicher Ort. Also begonnen hat es eigentlich bei euch in der Heimat irgendwo? Ja bei uns hat es natürlich begonnen vorher, logisch. Aber du warst Wegbegleiter von Beginn an. Also wir waren ja 2007, das war unser Beginnjahr als Dorfrocker. Und du warst gleich von Anfang an dabei. Genau. Und heute 2019. Und du bist wieder da, ne? Ich auch. Du gehst nicht weg und wir auch nicht. Wahnsinn. Was gibt's Neues? Was habt ihr alles? Ähm, es gibt Neues, dass wir, wir sind jetzt die letzten acht Tage, hatten wir neun Auftritte. Ähm, nonstop unterwegs. Morgen fliegen wir nach Kanada, äh, zu einem Oktoberfest in Kitchener, so heißt es. Und dann gleich nahtlos weiter in den USA, in Tulsa, das heißt wir sind die nächsten zwei Wochen über dem großen Teich drüben, ähm, und kommen dann wieder zurück. Und dann geht's auch wieder nahtlos weiter. Jetzt habt ihr dann alle Oktoberfeste sozusagen durch, wo ist es am schönsten? Es ist überall Oktoberfest, wo wir sind, ne, es ist überall, überall gibt's was zu trinken, es gibt überall Bier, es gibt überall nette Leute und hübsche Mädels, so wie hier drüben. Genau. Es gibt überall verrückte Leute, die gern feiern und da sind wir. So muss sein, so muss sein. Und heute heizt doch hier beim, ja, bei den Festzeltstars so richtig ein. Ja, gehe ich davon aus, ja. Gibt's eine neue Produktion? Gibt's, ja. Wir haben in diesem Jahr den Engelbert Strauß neu rausgehauen, der ist jetzt bei, wenn bei Spotify jemand aktiv ist und, äh, äh, Lieder hört, ist bei uns Nummer eins, Engelbert Strauß, das ist ein neues Lied 2019, haben, äh, es gibt schon wieder andere Sachen, die wir auch schon, äh, live gespielt haben jetzt. Normal sind wir als Band, ja, ich weiß das eh, zu sechst unterwegs, so wie die letzten vier, fünf Tage, da waren wir, äh, vier, fünf, auf dem Volk, da haben wir auf jeden Fall zwei, drei neue Lieder auch, ähm, äh, angetestet, um zu schauen, okay, wie sind die Leute drauf? Kam wahnsinnig gut an, das heißt, da sind wir sehr positiv gestellt, ähm, dass die von diesen zwei, drei Liedern mindestens ein, zwei geil durchstarten werden. Sehr gut, sehr gut. Prima. Jetzt hier. Philipp. Oh, darf ich auch noch? Ich weiß jetzt nicht, ob's vom Licht her geht, aber ich denk schon, ähm, genau. Machst du ein bisschen den, äh, äh, Lichthalter? Ja, ja, ich bin der Lichthalter, ich bin der Depp vom Dienst bei allem. Ja, ja. Philipp. Also, äh, Stuttgart, Cannstatter Wasen, was für Erinnerungen hast du hier? Wir waren auch schon mehrfach hier. Wir waren schon oft da, ja, also von daher, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft, fünf, sechs Mal sowas, ja, und ja, immer in bester Erinnerung geblieben, Stuttgart, Cannstatter Wasen, immer wieder ein Fest. Genau, obwohl auch so die ganzen Oktoberfeste weltweit schon bespielt haben. Ja, wir sind jetzt zum Beispiel übermorgen in Kanada. Ja, Tobi hat's schon gesagt, genau. Hat schon erzählt, ja, und die letzten neun Tage, glaub ich, zehn Mal. unterwegs gewesen, und von daher bleibt aber trotzdem Stuttgart immer besonders hängen, logischerweise immer wieder schön da. Ja, sehr gut. So, und wenn die Kamera jetzt mal mitkommt, wir müssen jetzt mal zum Markus noch rüber, weil er ist schon wieder am Flirten. Das Licht brauchen wir natürlich noch ein bisschen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, bleibt, bleibt dann ruhig da, bleibt ruhig da, rutsch ruhig mal rein, denn ihr kennt euch natürlich auch schon ein bisschen, ihr, ne? Yes, einmal haben wir uns getroffen. Also, zum einen habe ich jetzt hier die Lena, Laval, Laval, so heißt es richtig, genau. Neben mir, sie hat ja auch jetzt erst kurz ihre brandneue CD rausgebracht. Interview gibt's demnächst auch Rommigeflüster. Oh ja, natürlich. Und, und der Markus natürlich, der Dienst, der alteste von den dreien, ja. Ja. Genau. Woher kennt ihr euch? Wir haben uns einmal gesehen im Proberaum, weil sie jetzt die neue Sängerin bei uns doch rockern sein wird. Wir haben jetzt einen Sänger, aber der schmeißt die ganze Zeit die Bierkrüge rum. Und das Problem, der ist dann irgendwann einmal nicht mehr ernst zu nehmen. Das heißt, wir müssen auch eine sichere Bank haben. Und wir wissen, die Lena, die macht das total gewissenhaft und alles. Und dann, während er den Bierkrüge sucht, haben wir zumindest jemanden, die er singen kann. So muss sein, genau. Also macht das alter Tobi öfters hier, die Bierkrüge umwerfen? Ja, der kann, vor allen Dingen, was er am besten macht, ist Bierkrüge jonglieren. Ah ja. Der kann mit neun Bierkrügen gleichzeitig jonglieren. Das ist Wahnsinn. Wo keiner fällt und wenn er jetzt mit einem macht, dann fallen die meistens runter. Also das ist, das ist ein Naturtalent. Ja, also die neun, die braucht er schon dazu. Das kann man auch machen für den Interview bei Promi Geflüster. Kann er beide in der nächsten Sendung dann machen bei dir. Genau. Also, Tobi muss üben, neun Bierkrüge jonglieren und der weiß noch von gar nichts, gell? Ja, das merkt er dann schon. Okay, dann wünsche ich euch einen tollen Auftritt und alles Gute. Und wie gesagt, Lena, die sehen wir demnächst in Reutlingen. Kleiner Tipp am 20. Oktober. Verkaufsöffner Sonntag bei Mediamarkt.